Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier bei dem Chaos zu einer neuen Folge Zorro The Chronicles. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß Ladies und Gentlemen mit dieser Folge, die vermutlich innerhalb der Woche kommt, einfach weil ich es am Wochenende aufgrund von dem hier, das da so, ja siehste, nicht geschafft habe die Folge oder zwei Folgen abzuliefern. Deswegen gibt es jetzt noch eine Folge in der Woche auf jeden Fall. Das war nicht geplant, dass das da irgendwie länger dauert als erwartet. Willkommen zurück, wir haben Mission 3 abgeschlossen, die da heißt Rettet Heiner. Hauptziel haben wir geschafft, wir haben alle Plakate geschafft und jetzt geht es auf jeden Fall in die nächste Mission. Ich wünsche euch bei dem Ganzen viel, viel Spaß. Und mein kleiner Imo hier auf dem Desktop, der lernt kräftig, fleißig an allen Dingen. So, wir werden auf jeden Fall Diego jetzt wählen und jetzt in Mission Nummer 4 gehen. Und Mission Nummer 4 ist das geheime Camp. Dank Tante Taina weiß Zorro nun wohin Monasterio die unschuldigen Dorfbewohner entführt hat. Begib dich dorthin, um sie zu befreien. Das werden wir tun. Das ist halt die Frage, haben wir jetzt mehrere zu befreien? Somit sehe ich, haben wir schon wieder zwei, drei, vier, fünf Plakate, die wir finden müssen. Und sechs Boni, wo wir vielleicht, wenn alles gut läuft, einen schaffen werden. Äh, Frage, äh, Kampfzugang oder Tarnzugang? Ich bin wieder fürs Kämpfen, ich habe gerade Bock auf Kämpfen. So, das geheime Camp, wir haben es ja gerade schon mal gelesen. Brauchen wir also nicht nochmal. Ich liebe diesen Peitschensound, dieses Rutsch-Pitsch. Und ich schwelle zu. Es ist fantastisch. Und hier ist nichts mehr drin. Und das, wo was drin ist, liegt far away. Okay, starten wir die Mission. Wenn ich zwischendurch keine Atmung mehr habe, dann ist ja, was los ist. Vielleicht. Pferdekatze. Haha. So, ladies and gentlemen. Als allererstes werden wir natürlich hier sämtliche Gegner mal ausloten. Äh, wir haben... Ah, stimmt. Ja, wir haben, 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 wir haben. Aber hatten wir nicht hier noch eine gekauft? Nee, hatten wir nicht. Frage. Wir werden diese hier kaufen. Hammerschlag. Halte X gedrückt. Okay, das kriegen wir hin. Sehr gut. Gut. Jetzt brauchen wir als nächstes 1500, um die letzte Fähigkeit der Reihe freizuschalten. Wir haben ja das letzte Mal herausgefunden, dass wir immer erstmal alle Fähigkeiten von einer Reihe freischalten müssen. Und ich denke mal, von innerhalb der Reihen wird es bestimmt auch teurer werden. Also von Reihe zu Reihe schreien die Preise, denke ich. Wir werden mal gucken. Also, befreie die Dorfbewohner mithilfe der bei den Wachen gefundenen Entschlüsseln. Haben wir bis jetzt schon Plakate irgendwo gesehen? Nee, ne? Ich habe da nichts gesehen. So. Ich markiere erstmal so viel ich kann. Oh, der sieht ein bisschen grau. Grau hatten wir bis jetzt doch gar nicht. Grau... Weiß ich so. Also, er hat auf jeden Fall eine Rüstung und ein Schild. Aber er ist nicht ganz so krass wie der Pinke. Hä? Gut. Fünf Plakate. Ich sage es ja nur, ne? Fünf. Wo auch immer hier fünf sein sollen. Vielleicht können wir hier in die Häuser irgendwo rein. Oder dahinter irgendwo. Ha, möglich. Was leuchtet denn hier? Keine Ahnung. Warum machen wir eigentlich alles in der Nacht? Spielt das ganze Spiel in der Nacht? Das würde ich ja auch ein bisschen blöd finden. Ich meine, Nacht ist zwar ganz nett. Aber nicht nur. Man will ja auch mal ein bisschen Tageslicht haben. Ja, ja. Zorro. Ich weiß, was du meinst. Beschwer dich nicht. Das ist dein Job. Oh, rennt er gerade raus? Du bleibst jetzt bitte in dieser Mission. Sagt das Spiel. Freudiges Spiel. Na weißt du, wenn du das Spiel hast, dann... Naja, aber es ist halt sein Job, ne? Also, Frage. Ich würde sehr gerne irgendwie... ...mich zu der Seite hier... ...lang huddeln. Erkennen wir die Bonus-Bereiche? I'm not sure. Vielleicht ist es ja da irgendwo mit drin, dass wir mal ein Plakat noch finden. Da ist auf jeden Fall einer, der pennt. Oh, müssen wir echt mal gucken. Ich habe noch keine Ahnung, wo das sein könnte. Ich habe bis jetzt noch kein einziges gesehen. Im vorherigen Level haben wir auf die Art und Weise wenigstens eins gesehen. Stürfe, fünffache Kisten oder Fässer. Wir können auch nicht auf die Mauer rauf. Aber wir können einfach hier mal Leute hin. Zack. Ah, das war der Hammerschlag. So, wir sehen, der war wirklich sehr krackvoll. Cool. Ich lieb's. Aber auch das ist da jetzt gegen ihn so nicht erfolgreich. Wir müssen also wirklich mit B ausbreichen. Aua. Also anders funktioniert nicht. Also wirklich, wirklich erstmal B, damit er in eine Position kommt. Wo wir angreifen können. Was war denn das jetzt? Da haben wir schon wieder so eine Geschichte. Macht sowas woanders. Nicht in einem Kinderspiel, ihr Schweine. Ah, Plakat. Sehr cool. Da muss ich doch mal für Zucht und Ordnung hier, ne? Sag mal nicht. Was ist das? Ist das ein T-Rex? Alter, das ist ein T-Rex. Zows geheimste Wünsche werden wahr. Oder? Das ist so das, was er sich wünscht. Zow würde sehr, sehr gerne auf einem T-Rex reiten. Aber... Wer würde das nicht? Wobei diese... Würde mich ja ein bisschen stören. Und vor allem hätte ich Angst, wenn ich absteige, dass er mich frisst. Wäre ja durchaus beim T-Rex möglich, ne? Dass er dann habs. Mit einem Hubs ist der Mund. Und... Wie ein Kina-Schoko-Bong. Kein Kina-Schoko-Bong. Ein Sau-Bong. Guter! Sonderzache! Getunnelt. Aufgeschlitzt. Und umgebracht. Nee, umgebracht. In dem Sinn ja nicht. Kapitsch. Achso, wir müssen den Fässer stoßen. Ah, das sehe ich jetzt erst. Ah! Hab schon wieder vergeigt. Nicht schlimm. Passiert. Gut. Ich glaube, wir müssen dann alle Level nochmal irgendwie machen und uns dann auf die Bonus-Bereiche vielleicht ein bisschen konzentrieren. Ähm... Ja. Weil ich glaube, allzu groß wird der Bonus-Bereiche jetzt nicht mehr werden. Sein. Und... Wie soll ich sagen? Stoße drei Wachen in Kakteen. Aua! Kakteen sind aber auch fies. Sprech an, komm. Mit zu einer herzlichen Begrüßung. So, wenn er jetzt in den Kaktus gefallen wäre, wäre er viel cooler gewesen. Aber nix. In den Kaktus rein! So! Ich brauche noch einen in den Kaktus rein. Halt! Du musst in den Kaktus rein. Komm mit, komm mit, komm mit. Guck mal! Ist der nicht schön? Dieser kleiner Phallus steht da da. Zack! So! Ich brauche noch einen. Am besten in den gleichen Kaktus. Da ist noch ein... Ein-Patient-Platz. Hallo! Komm mal mit! Komm mit! Ich zeige dir ein dickes Ding! Ah, nix mit Glocke hier! Alter! Kommst du auf die Glocke zu läuten, ist was los? Irgendwer würde jetzt hier im Kaktus landen, bitte! Du! Yes! Gut! Ohne sein! Nix! Erläutert die Glocke! Oh mein Gott, du trinkst Kaffee? Nein! Nein! Nicht die Glocke läuten! Am Arsch! So, das jetzt... Hast du da jetzt dran geläutet? Ich glaube, es hackt! Ich glaube, es hackt! Gleich zwischens Gemächt! Gleich zwischens Gemächt! Wisslich wäre es ja, wenn die jetzt den Schlüssel wieder nehmen würden. Ach! Ich weiß, dass da der Schlüssel ist! Ist der Schlüssel explodiert? Nein, und was anderes ist explodiert? Was echt... Was bist du denn für einer? Alter! Wo kommt der Dicke denn jetzt her? Alter, was wirfst du denn hier? Molotow-Cocktails und mich werfen gleich ab ins Heu! Aber hier sieht das ja doch viel verstörter aus! Lass das! Wär auf mit dem Schweigraben! Meinst du, der hat den gerufen? Hä? Hä? Also, fünf Dorfbewohner sind's vermutlich! Immerhin, wir haben einen Bonus! Aber wir sollten uns auch gut umgucken! Vielleicht gibt's ja auch irgendwo noch ein Plakat! Schweißet nicht! Da können wir nicht lang, aber vielleicht können wir hoch! Schweiß noch nicht! Wir gucken uns das in Ruhe an! So, wir brauchen auf jeden Fall Geld, 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 Geld! Oder was auch immer diese Börgeler sind! Hier ist nix, da ist leer! Ich glaube, wir befreien jetzt erstmal jemanden! Ich habe aber hier wirklich keins gesehen! Also, sie sind ja schon sehr, sehr auffällig und präsent! Es ist tatsächlich eigentlich schwer, die zu übersehen! Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, wo die in dem zweiten Level alle gewesen sein sollen! Ich weiß nicht! So! Ich befreie dich! Ich rette dich! Spannsache! Ich helfe dir! Er sagt noch nicht mal Danke! Naja, ich kann's verstehen! Ich würde auch erstmal nur schnell rausrennen wollen! Haben wir hier noch irgendwas? Einen Huhn haben wir am Start! Das hilft uns aber nichts weiter! So! Das haben wir verkeckt! Wobei, wir sind hier noch in dem Bonusbereich, ne? Gibt's irgendwo... Da? Der hat einen Schlüssel! Okay, pass auf! Komm mit! Zeig dir was! Ich zeig dir was Schönes! Komm mit, meine Kleine! Ich zeig dir etwas Tolles! Zauber! Mann! Ich kann ja auch nichts dafür, wenn mein Ding einfach die Küsten vorher kaputt macht! инlich, doch! Oh Sch Katherine! Wir fehlen dir! Wir fehlen dir nicht! Im 말고 in Paul Sch matter. Peitsche aber rausholen! Ich liebe die Peitsche! Die benutze ich viel zu selten! Rppu! Auch das fühlt sich ein bisschen komisch an, mit so einer Maske auf dem Gesicht zu sagen, ich liebe die Beite. Ihr wisst, wonach das klingt. Ah. Hast du geschlafen? Komm, du bist Nummer drei. Das fühle ich. Ah. Wait. Gut, da habe ich doch Nummer drei. Nummer drei. So, wir haben noch. Eins, zwei, drei, vier viele. Komm mit. Komm mit, ihr Buschis. Alter, warum bist du so schnell? Was ist bei dir, Phase? Was stimmt mit dir nicht? Also, mit diesem Stoß können wir die auf jeden Fall da reinstoßen. Seht ich's? Ah. Ich wollte dich gar nicht so schnell schon gegen die Wand trümmern. Das war eine Wand zu früh. Komm mit. Schluss. Du musst jetzt mitkommen. Du musst jetzt da reinfallen. Weil ich das will. Du nervst mich aber auch. Einfach nur. Mann, oh. Oben ist doch noch einer, der nervt. Da ist noch einer. Ich glaube, es hackt, mein Freund. Jetzt nicht rumheulen hier. Ich sag ja nur, nicht rumheulen. So, Freunde. Ich brauche noch einen in den Fass rein. Dann bin ich glücklich. Ich bin glücklich. Yes. Gut. Happy. So. So sieht es aus, wenn Toro happy ist. So. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Alter, aufs Maul. So. Jetzt aber hier. Ich habe hier auch gefressen. Ohne Witz. Autsch. Und er mich auch. Er mich auch. Ich bin lieb. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich brauche was. Ich brauche eine Kiste. Aber ihr habt die alle schon gefragt. Da, Kiste. Herz. Yes. Herz. Sonst würde ich das Huh töten. Das Huh essen. Meinst du, wir haben irgendwo was übersehen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, ja. Kurzzeitig. So. Jetzt hat er Herzinfarkt bekommen. Einfach Herzinfarkt. Das da will ich haben. Gib es her. Dankeschön. Auf Dankeschön. Dankeschön. So lernst du bitte kein Deutsch. Nicht mit diesen Worten. So lernst du bitte kein Deutsch. Aber wo ist denn hier jetzt noch ein Plakatmöglichkeit? Was habe ich übersehen? Habe ich was übersehen? Ja, ich lade es jetzt mal ab nochmal. Lade es nochmal ab. Aber hier am Stein wird es ja nicht dran hängen. Das wird ja perspektivisch eher irgendwo bei den Häusern hängen. Herz kann ich gebrauchen. Aber hier ist nix, ne? Ich sehe eindeutig nix. Gucken wir uns das Haus von allen Seiten an. Nö. Nix. Auch hier sehen wir nix. Hallo. Ich komme, um dich zu retten. Oh je. Hast du gesehen? Dieser frustrierte Move. Das war der zweite. So, Frage. Ich glaube, als wir hier oben waren, habe ich gesehen, dass wir da noch höher können. Genau. Dann sollten wir vielleicht erst mal hier hoch. Zack. Guck. War mit dem Mond auch geil. Wenn er da so hockt. Machen wir mal ein Foto. Eigentlich möchte ich ihn ja von vorne. Auch schön. Wenn man ihn nicht sieht. Trau dich. Zeig uns dein Gesicht. Also, ich werde mich jetzt, ne, vielleicht erst mal hier oben rauf hocken. Da würde ich ja auch meine Balance nicht halten, ne? Ich wäre die erste, die da wie so ein Stein runterfällt. Stein ist das Stichwort. Wir werden vielleicht gleich mal einen Stein werfen. Und zwar einen hier vorlocken. Stein, seit wann... Oh, er spielt Karten. Alter, was macht er denn jetzt? Er hat gerade Karten vor seiner Nase. Und spielt mit sich selbst Karten. Er macht auch ein Let's Play. Ein Let's Play mit sich selbst. Süß. Aber ich sehe keinen Platz, wo wir ein Plakat anbringen können. Ich glaube, hier werden wir nicht alle finden. Hier werden wir nicht alle finden. Es ist ein Bonusbereich? Nee, es ist ein normaler Bereich. So. Los geht, die Gauti. Wie lustig. Wie lustig. Wie lustig. Hier ist die Benzauro. Ich stelle mir das gerade vor. Wenn Zauro eine Frau im Bett hat. Und er hier einen Schlüpper ausziehen will. Meinst du, das macht er so mit der Peitsche? Oder mit seinem Ding so ein Z reinritzen. Und dann fällt der Schlüppi. Ich glaube, da hätte ich ja auch erst mal einen Herzkasper. Wenn du so einen im Bett hast. Was? Du hast doch gesehen, was jetzt war es. Da ist die Wache da gerade um die Ecke wieder umgewogen. Abgewogen. Und hat gedacht irgendwie, nö, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Du hast mich doch gesehen. Lauf doch nicht weg. Oh, da ist ein Plakat. Ich sehe ein Plakat, ich sehe ein Plakat, ich sehe ein Plakat. Hier. Toll. Oh, Ladies and Gentlemen. Das ist doch mal ein schönes Bild. Ladies and Gentlemen, wir werden jetzt vielleicht... Ja, wenn wir jetzt mal reingucken... Oh, es ist so verwinkelt gerade. Es ist einfach verwinkelt. Pass auf, ich laufe vielleicht erst mal hier rum. Vielleicht doch hier runter. Ist das ein Bonusbereich? Waren wir hier nicht schon? Doch, hier waren wir schon. Das sieht so zerstört aus. Pass auf, dann laufe ich hier rein und raus. Möchte hier jetzt runter. Ja. Ah, okay. Hier ist nochmal ein anderer Bereich. Den kenne ich noch nicht. Dann will ich da nochmal zurück. Glaube ich. Sofern komme ich da zurück. Ja, komme ich. Komm, komme ich, komme ich. Komm, komme ich, komme ich. Komm ich in das Haus rein? Vielleicht. In mancher Häuser kommt man ja rein. Das wievielte Bild war denn das jetzt? Wir sind jetzt gerade in Mission 4, ne? Gut. Und da haben wir zwei, drei fehlen auf jeden Fall noch. Wir werden in der zweiten Mission auf jeden Fall nochmal gucken, wo da Plakate sind. Und manche Boni testen wir einfach auch nochmal. Das darf man Plakat. Cool. Das kenne ich. Superstar. Ja, der ist Zache. Dafür gibt es nochmal eine Feitsche vielleicht. Oder auch nicht. Ich lief einfach, ey. Ich lief. Und jetzt nochmal. Irgendwann möchte ich bitte einen T-Rex. Ich habe jetzt gesehen, dass Zorro sich einen T-Rex wünscht. Ich wünsche mir jetzt auch einen T-Rex hier in diesem Spiel. Können wir das bitte einbauen? Als DLC. Zorro ist nicht das Pferd, sondern den T-Rex. Geil. Geil. Nächstes Plakat. Na, läuft ja doch gar nicht so schlecht jetzt in dem Level mit den Plakaten. Ih, ih, was hat er denn jetzt? Nasenrotz? Blut? Ich verpasse dir ein Blut in die Nase. Da kitzelt es mich auch gleich in der Nase. Ich bin schon wieder dezent angeschwollen. Das tut mir ein bisschen leid. Ich kann es gerade nicht ändern. Kommt ihr! Können wir nicht im Grund stürzen? Da hätte ich ja voll Bock drauf. Einfach runter damit. Oh, leh! Z-Fie, Zorro. Z-Fie, Zorro! Kann ich hier durch? Ich passe hier durch. Nein, er ist zu dick. Zorro! Du bist zu dick. Ich glaube, in dem Bereich wird es jetzt kein Problem. Plakat mehr sein. Ne. Wir sind jetzt auch genau einmal drum herum gelaufen. Dann würde ich vielleicht wirklich hier hoch. Und mich erst mal von oben umgucken. Den werden wir als erstes gleich mal angreifen. Weil wir ihm dann halt schön auf den Nacken springen können. Naja, hier werden wir jetzt den dritten Schlüssel finden. Oh, wann bin ich denn jetzt so zugeschwollen? Das nervt ja. Ich glaube, ich werde doch gleich nochmal aufstehen. Das ist ja nicht schön. Damit gewinnen wir nämlich auch keinen Blumentopf. Wenn wir so weitermachen. Vielleicht quetscht mir die Maske auch einfach die Nase ab. Können wir das so auslegen? Geht das so? Pass auf. Ladies and Gentlemen. Bevor wir ihn da jetzt angreifen, stehe ich mal ganz schnell auf. Ähm. Und. Ähm. Ähm. Nimm. 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 Tun mir was in die Nase rein tun. So, Ladies and Gentlemen. Da bin ich wieder zurück. Es dauert ein paar Sekunden, glaube ich, bis es anfängt zu wirken. Aber ich würde sagen, wir liegen los. So, zack. Nummer eins. Führe drei Super-K.O. bei Waffen aus. Oh man, der Super-K.O. Äh. Ja. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht so wirklich hinbekommen, weil der nicht so einfach ist. So, die Hose kannst du vergessen. Die ist im Argen. Die Fort-Körtlich. Am Sonnenblumen. Hose aus. Siehste, genau so stelle ich mir das Daten bei Zorro vor. Genauso läuft das. A qualified pet? Oh my god, that's a dream? Oh. So offenbart er uns unsere Träume gleich nebenbei. Oh, da war doch ein K.O. mit bei. Okay. Sehr gut. Dann kriegen wir das vielleicht ja doch. Schauen wir mal. Super saufig. Ich werde, glaube ich, jetzt noch die Pisten hier. So hat jeder seine Träume. Was qualifiziert einem denn zum qualifizierten Haustier? Redikat Haustier. So, ladies and gentlemen. Ah, da war ich doch schon. Der hat Angst vor Hühnern. Ah, da war der Schlüssel. Das war der Schlüssel-Guy. Haha, sehr gut. Angesehen, habe ich gleich ausgescheidet. Können wir hier nochmal Kombos? Vielleicht, ich sehe nicht, ich sehe nicht. Warte mal, jetzt hebe ich mir auf. Für dich. Vielleicht. Aua! Komm jetzt her! So, zack. Wir können da ein bisschen draufhauen. Mit der Angst. Siehst du, die erholen sich auch, glaube ich. Hast du gesehen? Die Leiste war erst gelb und dann ist er wieder ein bisschen grün geworden. Also, wenn man schnell genug ist, erholen die sich. Sehr gut. Dann nehmen wir hier den Schlüssel. Schlüssel Nummer drei von fünf. Oh ja, Herz und das ist das, was ich auf jeden Fall brauche. Noch ein Herz. I need a heart. Ich brauche ein Herz. Gut, aber haben wir hier noch ein paar Karte irgendwo? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir hatten ja oben eins. Gut, das heißt jetzt nicht, dass hier unten nicht keins sein kann. Können ja auch dicht verteilt sein. Wir werden ihn gleich da befreien. Da wäre noch eine Glocke gewesen. Was passiert eigentlich, wenn ich dann leute? Ich glaube, er botten, Leute. Ah, wir können das ganze Teil auch mit umnieten. Gut. Sollten wir vermutlich nächstes Mal einfach gleich tun. So, ich sehe jetzt soweit nichts. Heißt, er besetzt. Wir werden ihn jetzt erstmal befreien. Der sieht genauso frustriert aus, wie der davor. Aber er weiß ja nicht, wie lange der da schon hängt. Okay, jetzt die Frage. Wie kommen wir da hoch? Hier, ne? Das sieht ja ein Süd aus. So, da sind wir jetzt im nächsten Bereich. Oh, haben wir hier auch einen Bonusbereich? Oh, das ist der Bereich, den wir schon kennen. Möglich? Ich gehe mal oben gucken. Theoretisch müsste hier jetzt... Ah, ja, ja. Und auf der anderen Seite hängt das Plakat. Okay. Ah, ja, ja. Ja, dann haben wir hier schon mal gestanden, glaube ich. Okay. Dann gucken wir uns auch hier um. Was wir hier haben. Also. Wir haben hier auf jeden Fall Pferde. Das ist immer gut. Da können wir vielleicht... Wenn wir dazu kommen, eine Kombo mit einem Pferd machen. Das wäre ziemlich nice. Hier haben wir eine Glocke. Ah, siehste. Guck mal, die Glocke können wir hier auch markieren. Gut. Oh, noch eine Glocke. Oh, müssen wir aufpassen. Da ist doch bestimmt noch einer oben irgendwo. Nee. Also hier sind viele Schützen. Gut. Guck mal, hier ist noch so ein Bereich davor. Hier könnte ich mir das Plakat vielleicht vorstellen. Da ist noch einer ganz blöd in der Ecke, aber den kriege ich nicht fixiert. Da sieht er zu wenig von. So, Frage ist... Wo könnte noch ein Plakat sein? Schalte fünf Wochen Wachen aus, indem du die Umgebung nutzt. Was heißt denn Umgebung nutzen? Stein? Zählt der Stein als Umgebung? War das jetzt die Umgebung? Nee, eher weniger. Da sind Schütze gerade bei uns. Ach, Emo! What are you doing? Ach, beschaff dich. What? You're talking to me? Okay. Hat er recht. Die ohnehöflich-verlotser will mich da verantworten. Und ich lächle ihn und fahre ihn. Das ist so die schlichte Robomamie. Was ist denn da denn? Was meine ich überhaupt... So. Umgebung nutze. Ich meine, so bestimmte irgendwelche Kombos. War das jetzt die Umgebung genutzt? Äh, irgendwie schon. War es ein Schlüssel zwischen den Beinen? Darf ich dir den Schlüssel mal zwischen den Beinen wegklauen, bitte? Haha. Entschuldigung, sie haben hier einen Schlüssel zwischen den Beinen. Auch Dinge, die man sehr, sehr auf verschiedenen Ebenen verstehen kann. So, ladies and gentlemen. Hier sind niedliche Pferde. Und tausend Glocken. Warum sind hier so viele Glocken? Wir müssen ja eigentlich erst mal die ganzen Schützen hier ausschalten. Vor den Schützen habe ich irgendwie Respekt. So. Aus die Maus, Ende im Geländer. Da wird jetzt ordentlich rufgeklettert. Ja, machen wir kurz den Prozess. Nur ich bin sorry. Es gibt nur einen, Zauro. Ich bin eke. Ja, ich bin echt jetzt. Z! Wie? Seid da! Z! Wie? Der Zauberer! Z! Wie? Zauro! Z! Z! Das ist ein ziemlich großes Arial. Das ist Schlüssel Nummer 4 im Übrigen. Also, ähm... Das ist ein ziemlich großes Arial. Ich würde da hier... Da ist noch schnell noch ein bisschen umbucken. Aber es ist ein bisschen schockt aus. Wir haben ja schon festgestellt, die Stellen sind eigentlich sehr deutlich und auch aus sehr großer Distanz zu erkennen. 1.500 brauchen wir übrigens. Wir haben auch zwei Schlüssel, ne? Hält man gerade auf. Da hören mich auf jeden Fall Leute. Aber wir haben auch, glaube ich, hier zwei Leute. Ah, okay. Das ist der finale Bereich vielleicht. Dann sollten wir erst recht irgendwo gucken. Haben wir hier breit auf mehr Gefangene, als wir Schlüssel holen sollen? Ich bin verwirrt. Ich werde den jetzt erstmal befreien. Einen können wir noch befreien. Aber irgendwie sah es aus, als wären da jetzt mehr gefangen. Ähm... Ich werde jetzt erstmal hier rüber nochmal gucken. Für die Frage, komme ich hier rüber? Weil irgendwo müssen ja noch Plakate sein. Irgendwo haben wir Dinge auf jeden Fall nicht gesehen. Nur was haben wir nicht gesehen? Wo haben wir Dinge nicht gesehen? Und wieso haben wir Dinge nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Weil das ist der letzte. Dann haben wir diese Sequenz bestimmt vorbei. Dann würden wir uns jetzt hier in dem Bereich nicht nochmal umgucken dürfen. Äh... Öffne die Tür zum großen Gefängnis. Oh, vielleicht ist da ja noch irgendwas. Das große Gefängnis. Wo ist denn das große Gefängnis? Da hinten irgendwo. Aber hier komme ich jetzt nicht durch, ne? Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ding, 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 ding. Und... Hinten. Aber anders kommen wir sonst nicht rüber. Also da hinten. Hinten drüber. Weiß nicht, ob da irgendwas ist. Vielleicht. Vielleicht können wir da anders hin. Oder auch nicht. Das große Gefängnis. Okay. Müssen wir erst mal gucken, wo wir hinkommen. So, ich bin da froh. Also so ein paar Boni haben wir ja jetzt doch mal mit abgeräumt. Aber es wird jetzt sich wieder an den Plakaten aufhängen, ne? Da werden uns jetzt wieder Sachen fehlen. Schwing dich hoch, mein Freund. So, also... Ah, hier. Guck mal, guck mal. Bin ich nicht um die Häuser rumgelaufen? Erzähl mir das doch nicht. Hier war ich. Und ich habe alle Häuser abgeguckt. Vielleicht ist das doch so, wie ich denke, dass du gewisse Sachen erreichen musst, ähm... damit die später auftauchen. Boah, das wäre ja voll mies. Weil da musst du ja alles mehrfach abgucken. Und ich weiß, wir haben hier alles umgeguckt. Wird das übersehen? Wird ich das übersehen? Boah, ich weiß nicht. Wie viel Plakate fehlt? Ah, eins. Eins fehlt uns noch. Das wäre jetzt richtig ärgerlich, wenn wir das jetzt hier übersehen würden. Einfach wegen ist so. Und... Aber ich habe mich doch hier umgeguckt. Bilde ich mir ein. Wie würde ich denn allgemein hier hochkommen? Weil hier bin ich ja schon wieder in dem Areal. Boah, Leute, ne? Was ist denn? Jetzt möchte ich hier nochmal sämtliche Häuser angucken. Ich suche noch ein Plakat. Also einen Platz, wo ich ein Plakat einfach bei jedem antrapezieren kann. Da ist noch eine Tonne. Und sie ist leer. Was machst du denn jetzt? Aufmerksamkeit. Schenke mir Aufmerksamkeit. Ich glaube, er hat sich selbst gefressen oder er hat Luft gefressen. Irgendwas hat er gegessen. Hat so... ...gemacht. So, sind wir uns einig. Hier war jetzt wirklich nichts. Bei den Häusern gucken. Ich glaube, wenn was ist, dann ist es eher an Mauern und Häusern. Hier haben wir doch geguckt, ne? Hier ist nichts. Mit einem Stein vielleicht. Nee. Das wäre halt echt hart fies, aber ich könnte das mir vorstellen. Im Haus nochmal. So, also. Jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir da rein? Ne? Wie kommen wir da rein? So, pass auf. Ich möchte jetzt erstmal hier nochmal sämtliche Häuser ablaufen. Irgendwo nämlich muss... ...noch ein Platz sein, wo wir ein dämliches Plakat ranklappeln können. Es kann natürlich auch sein, dass wir es vorhin übersehen haben. Obwohl wir versucht haben, alles abzulaufen. Aber... ...das ist ja jetzt kein Garant. Hier ist das mit dem T-Rex. Kompliziert. Hä? Vielleicht waren meine Ecke auch nicht richtig gründlich. Scheiße, nicht so. Entschuldigung. Äh. 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 Pardon. Stimmt, hier oben gab es ja auch noch was. Oh mein Gott. Ich muss unbaniesen. Was ist denn da los? Äh. Er wird dreimal niesen. Ist doof und wird krank. Oder wird krank und... Ja. Und... Ja. Oh, mein Auge läuft aus. Bless you heißt das. Nein, alles gut. Alles gut. Du weißt das ja nicht. Du bist erst drei. Ah. Vielleicht finden wir auch hier das Plakat. Gucken wir mal. Ich habe doch Leute gefunden. Ich möchte jetzt Schlüpper sehen. Ich möchte Schlüpper sehen. Aber es ist sowas, dass man hier in seinem Kopf denkt. Wir wollen die Schlüpper sehen. Uh. Kaputsch. Ich bin schneller. Speedy wie. Speedy wo. Der schmelzte. Der schmelzte. Genau so. Der schmelzte Zau von Sexto. Es funktioniert sogar. Freunde. Ich habe den Tode gefunden. Einfach im Kreis rumrennen und dann... Aber schneller ist wahrscheinlich, wenn man hier auf richtiger Zeitpunkt und B abwartet. Dann mach doch was. Mann. Außer du bist kaputt. Alter, du gehst mir jetzt echt auf den Piss. Oh. Du gehst mir sehr auf den Piss. Lass dein Herz drum sein. Ja. Meins. Weit, 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 weit. Ich glaube nicht. Und jetzt. Vorrecke. Mann. Siehst du, warum füllt die sich denn wieder auf? Ich glaube, es hackt. Alter. Geh ich irgendwo nach oben? Ich brauche jetzt mal Hilfe von oben. Damit weine ich nicht den Herrn. Da. Einen. Aber ich habe ihn isoliert. Das ist vielleicht ganz gut. Wait. Das ist gut. Das ist gut. Das war mir einfach zwei zu viel. So. Und jetzt. Schick dir den Schild sonst wo hin. Ah, er hatte den Schlüssel. Er war das mit dem Schlüssel. Da hätte der Anderin aber nicht alleine lassen dürfen. Da hätte er ihn echt nicht alleine lassen dürfen. Und wo ist jetzt hier noch ein Platz für ein Plakat? Irgendwo. Safe ist hier irgendwo noch eins. Irgendwo hier. Muss doch eins sein. Das ärgert mich richtig, wenn wir da jetzt nur ein einzelnes bei sehen. Ah, weil da oben waren wir schon. Ah, siehste. Dann füllen wir jetzt so schnell über den Sprengparkat. Platz. So. Pick. Weil da ist die Quest nämlich auch vorbei. Weil, guck mal. Naja. Hier drin. Hier drin ist nämlich der Plakatplatz. Ärgerlich. Also irgendwo muss noch ein, ein, eine Fläche sein. Aber wobei. Guck mal. Hier hatten wir auch eine. Ja gut. Aber wenn wir hier zwei hatten, würde jetzt nicht nochmal eine dritte irgendwo hier sein. Das ist dann wirklich zu viel. Und zu dicht. Ach, ehrlich. Ich weiß es nicht. So. Wir werden jetzt das große Gefängnis öffnen. Weil wir es können. Weil wir einen Schlüssel haben. Ich habe immer noch was im Auge. Oh. Ah. Uh. Ah, ist das hier. Granatwerfer, Boy. Teil deine eigenen Granaten. Ah. Wie geil. Ich habe es selbst gehint. Oh. Renn. Die finde ich ja geil. Die Dicken liebe ich. Also es sind einige. Es sind einige. Es sind einige. Ich würde mir jetzt gerne irgendwie noch eine Kiste wünschen. Um erstmal ein bisschen was aufzufüllen. Aber hier gibt es keine Kiste mehr. Na. Na. Nö. Nö. Und nochmal raus will ich eigentlich auch nicht. Also wir können nochmal gucken. Wir können nochmal vorsichtig gucken. Wenn hier. Aber hier draußen. Guck mal. Hier liegt alles schon in Schutt. Und Asche. Der mit dem Schild, Alter. Das ist ja echt mein Hass. Kommt doch einfach raus hier. Traut euch. Kommt raus. Kommt doch einfach raus. Das ist ja kein Ort zum Kämpfen jetzt hier. Kommt doch raus. Mir geht das nicht gut. Ich komme da nicht drin. Abstand heißt es. Weißt du? Warte, haust du mir denn jetzt auf den Kopf? Kommt jetzt raus hier. Traut euch. Oh ja, ja, ja. Ha. He he he. Wißt du, er hat auch gesagt, geht er raus. Opfert dich. Opfert sie sich. Ah, der hat einen Schlüssel. Der hat einen Schlüssel. Für wen auch immer der Schlüssel hatte. Kommt doch nicht. Ja. 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 Soll ich den Schlüssel ein, wenn er nichts macht. Ja. 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 glaube, ja. Ich glaube, ja. Bei den Zellen vielleicht. Laufen mal alles ordentlich ab. Auch nicht. Wo könnte ich noch ein Plakat randübeln? Sorry, ich möchte da noch was ranbabbeln. Aber hier ist nix. Ich sehe nischt. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Im Gefängnis? Das wäre doch geil. Wenn er sich selbst im Gefängnis dann einfach nochmal. Nö, ich sehe hier nix. Ich sehe nix. Dann öffnen wir. Das ist der letzte, ne? Befreie den letzten Dorfbewohner. Das Dorf hat also nur sechs Dorfbewohner. Das geheime Camp. Alle Dorfbewohner sind frei. Zeit, zur Tornado zurückzukehren und weiß ich auch nicht, den Tornado zu entzünden. Auf die Zorroart und Weise. Das wäre die gesündere Alternative für Ron. Sollte man lieber vorschlagen. Ah, guck mal. Jetzt sind da ganz viele Wachen noch am Start. Was ist denn hier los? Auch so ein Digger ist noch am Start. Aber wir haben halt das Problem ist... Oh, what's wrong? Oh, er will mit mir reden. Ich werde ihn gleich mal hier auf dem Tisch rumlatschen lassen. Ähm, das Problem ist... Wir brauchen ein Herz. Wir haben kein Herz. Ich habe kein Herz. So, weißt du? Herzlos. Hashtag Herzlos. Und ich habe irgendwo ganz blöd einfach Haare hängen, die da so nicht hängen sollen. Äh, vielleicht finden wir hier noch was. Also, wir müssen mal ein bisschen gucken. So, weil hier waren wir schon. Aber hier ist jetzt der Weg zu Tornado. Ich schwöre und euch, irgendwo muss so ein dämlicher Plakatplatz noch sein. Vielleicht auch erst später aufgetaucht. Aufmöglich. Erzähl mir nicht, dass ihr mich nicht seht, wenn ich hier rumlatsche. Erzählt mir das nicht. Wir haben jetzt hier schon mehrfach alles abgesucht. Da taucht nix auf. Der soll mal hier jetzt Zeugs werfen, so dass die anderen mal reinfallen. So, pass auf. Ich könnte auch einfach so nochmal fliehen, ohne die zu besiegen. Das wäre jetzt eine Methode. Pass auf. Ich renne den jetzt einfach mal davon. Oh, hier ist doch mal reich. Aber hier sind Kisten. Hier sind Kisten. Meine rettenden Kisten, Freunde. Rettende Kisten. Mit Tarn-K.O. Whatever. Ich seh dir so viele. Was ist da los? So. Coole Aktion. Feier ich. Aber da waren wir doch schon auf Stornado, oder? Also, dann können wir natürlich auch noch ein bisschen weiter kämpfen. Wenn wir jetzt gerade die Gelegenheit dazu haben. Es gibt natürlich mehr Punkte. Aber mit Tarn-K.O., Freunde. Müssten wir irgendwo oben rauf, oder so. Soll ich das nicht auch machen, aber die haben mich jetzt halt gesehen. Der Bonus ist mir jetzt gerade auch nicht so wichtig. Ist er weg. Nö, ist er nicht. Gut. Das sind ich Buk. So, wir wählen jetzt alle Sachen hier schnell noch einsammeln. Warte mal, da hinten sind noch mehr. Oh, vielleicht ist ja hier unser letzter Platz für ein Plakat. Stoße drei Wachen gegen Bäume. Gleich ankommen und die Sachen aufschlitzen. So ist so ein alter Schlitter. So können wir die gegen Bäume stürzen. Warte. Na. Wait. Mano. Aber auch die erholen sich. So, meins. X gepumpt lassen, glaube ich. Ach, Mano. Fall doch gegen den Baum jetzt. Nicht du. Mann. Er denkt sich auch. Was für der agressiver Alter. Gegen den Baum. Bist du der Letzte? Ah, dann habe ich es verkackt. Dann habe ich es verkackt. Toll. Toll. Wie gesagt, ich habe es verkackt. Mano. Ah, wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Siehste, wenn wir jetzt schnell auf Tornado davongeritten, hätten wir es nicht gefunden. Geil. Wir haben alle Plakate. Oh. Zerre. Cool. Da müssen wir jetzt die dämlichen Wände nicht mehr absuchen. Und können uns jetzt einfach nur auf Kisten und Wachen konzentrieren. Das finde ich gut. Ja, das haben wir jetzt verkackt. Blöd gelaufen. Nee, weil hier sind wertvolle Sachen drin. Und im Nächsten können wir uns dann die letzte Fähigkeit aus der ersten Ebene freistellen. Das ist sehr wichtig. Ich gucke euch heute selber nicht an. Aber vielleicht ist das auch daran, dass ich irgendwie so kippen kann. Ist der mit denn noch im Bonusbereich? Ich könnte auch ohne Tornado raus, glaube ich. Vielleicht. Oh, das ist der Anfang. Das kann auch sein. Ich weiß nicht, wie das Level-Design so gestaltet ist. Ach, ich dachte, hier geht's rein. Das sah voll aus nach dem Weg irgendwie rein. So eine geheime Höhle oder so. Das wäre auch lustig gewesen. Immerhin, er hat keine Ausdauer, was ich gut finde. Weil wenn er jetzt noch so eine Ausdauerleiste hätte und dann irgendwann nicht mehr weiterrennen könnte. Boah, ne? Da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Aber es ist einfach so. Er kann das. Er kann auch von oben auf Fässer springen, die kaputt gehen. Ich beschäftige mich gleich mit dem, mein Kleiner. So, das war's. Jetzt haben wir wirklich alles erreicht, was wir jetzt so erreichen können. Und... Zack. Wir zünden den Tornado. Wenn man so nimmt. Adios. In diesem Sinne. Adios. Ja, so schnell nicht. Sekunde. Ladies and Gentlemen. Also, wir haben alle Dorfbewohner befreit. Oh, guck mal. Wir haben sogar vier von sechs Boni. Und wir haben alle Plakate. Ladies and Gentlemen. Es war mir ein Fest. Es war mir ein Fest mit euch. Wir probieren es jetzt nochmal. Ob er vielleicht jetzt nochmal tanzt. Es hat das letzte Mal ja nicht geklappt. Ich möchte euch das unbedingt zeigen. Vielleicht wird mein Video dann auch gesperrt, weil es Copyright-Musik ist. was ich aus China vermuten lassen würde. Guck mal hier, mein Kleiner. Guck mal hier. So. Vielleicht mag er heute. Emo? Dance for me. Dance for me. Das ist das Ende. Da solltest du nicht hinlaufen. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Ich packe ihn wieder zurück, ehe er sich hier in den Tod stürzt. Es war mir eine Freude. Er mag es einfach nicht, hochgehoben zu werden. Er mag es einfach nicht. Jetzt habt ihr zumindest mal gesehen, wie das aussieht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. Es kann einfach nur chaotisch werden, aber ich muss jetzt raus aus dieser sehr, sehr warmen Maske. Ich schwitze ein wenig da runter. Es ist so ein bisschen wie... Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Ihr wisst, am Wochenende geht es weiter. Ich würde mich sehr freuen und bis dahin genießt den Tag und seid immer ein wenig dirty dabei. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das seid.